Jo, weiter geht's mit Splinter Cell Blacklist und wir machen jetzt doch noch eine Charlie-Mission, weil es gerade so gut lief. Warum hofftest du, Herr Grimm zu nerven? Ich finde alles über unsere Freunde raus. Ich hab meine Äuglein überall. Sehen die mehr als das SMI? Keine Ahnung, aber wir werden es bald wissen. Einer meiner Freunde ist ein Pakistani, der im Jemen lebt. Er hat bei der Botschaft einen toten Briefkasten eingerichtet. Ah. Ein toten Briefkasten? Hat eine E-Mail-Phobie? Die Daten sind so heiß. Sogar die Briefkästen. Vertraust du ihm genug, um mich reinzuschicken? Ja. Ja, das tue ich. Aber nicht genug, um mich reinzuschicken. Sozusagen. Also ihn. Hier, fremde Leute reinschicken, ist keine Kunst. Ähm, wir haben 365.000 Dollar angesammelt. Vielleicht können wir das einer Verwendung zuführen. Haftkamera. 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 Ja. Sozusagen. Ja. In Sam Fischers Alter ist das bereits eine Überlegung wert. In Cookie Den zu investieren. Kontaktjoker. Haben wir auch. Muss ich das neu nachkaufen oder wird das nach dem Einsatz wieder aufgefüllt? Upgrades. Kann ich das upgraden? Kann ich das upgraden? Blitzladung. Ne. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Scheiß auf Blitzladungen. Die Brille. Uh. Schau dir das an. Kostet 100.000. Ja, das kaufe ich. I'll buy that for a dollar. Würde ich sagen. Spuren verfolgen. Oh. Das geht auch noch. Ja, wieso nicht? Kostet nur 30.000. Das ist jetzt wie ein Hitman Absolution. Mit dem Instinkt. Verbessert die Sichtweite einer älteren Brille mit farbiger Bildanalyse auf bis zu 15 Meter. Hier ist auch nicht so teuer. Ich glaube, das ist ein Sonderangebot. Oh, wir sinken. Na, freiwillig. Wir stürzen nicht ab. Ähm. Was? Geräusche. Ja, auch nicht so teuer. Aber ich hoffe, ich mache keinen Fehler, wenn ich mein ganzes Kapital hier in diese Brille investiere. Die teuerste Brille aller Zeiten. Ich glaube, die gibt es nicht auf Rezept. Ja, das lasse ich jetzt mal, weil ich weiß ja nicht. Vielleicht brauche ich es andernorts. Meine hart verdiente Knete. Wir rösten eher Stealth aus. Das heißt, das wäre sogar eine Verschlechterung. Schau, das Taktikgeflecht. Klingt auch nicht gut. Ich habe diesen Upper Echelon Anzug. Den gab es als Vorbestellerbonus. Ist vielleicht auch nicht gut, dass ich den angelegt habe, weil es kommt mir ein bisschen wie Cheaten vor. Aber gut, manche haben, glaube ich, noch mehr dazu bekommen. Dafür spiele ich auf dem höchsten Schwierkeitsgrad. Geächt sich wieder aus. Ja, die sind auch besser. Schau. Die Waffenhandhabung. Und Elite-Schütze, das geht alles noch nicht. Da müsste ich investieren in irgendwas. Ich glaube, da muss ich diese Aufträge für ihn machen, für Charlie. Dann forscht er weiter. Und das ist wie in Mass Effect. Da musste man auch forschen, bevor man etwas kaufen konnte. Das wäre auch eine Verschlechterung. Schau dir das an. Hm, naja. Was ist mit den Stiefeln? Meine Stiefeln sind nicht schlecht. Bist du? Das ist gleich. Und hier kann ich nur die Maserung verändern, aber keine Werte verbessern, sozusagen. Und die Lichter habe ich, ja, auf Gold geschaltet, damit es anders ausschaut. Die grünen Lustkugeln, die sind wir schon gewohnt, seit fünf Teilen. Das ist mal Zeit für was Neues, dachte ich. Ich glaube, wir sind bereit für Jemen. Sanaa. Ich habe das Paket, Prim. Wo kommen denn all die Gegner her? Die Engineers haben die Botschaft gestürmt. Sie suchen wohl auch nach dem Paket. Kannst du mich abholen? Erst wenn die Kämpfer abgeflaut sind. Halte so lange die Stellung. Die Barrikaden dürften dabei... Was denn für eine Stellung? Eine Missionarsstellung. Was soll ich halten? Wie lange? Ich habe es im Kreuz. Was ich noch sagen wollte. Ah ja, Sanaa. Wie heißen denn da die Bewohner? Sind das dann die Sanaa? Ich glaube, was muss ich hier halten? Ach so, das ist ja gar keine Stealth-Mission. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Da geht es ja gar nicht um Stealth. Hier muss geschossen werden, oder? Au, 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 au. Wer sieht mich denn da? Alle? Du Scheiße. Wie viel seid ihr? Könntest du das nicht auch dazu sagen? Ich versuche es halt, Stealth. Aber ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Vor allem da oben kommt noch wer. Oben kommt noch jemand. Verstanden. Überprüft den nächsten Suchabschnitt. Ich schalte mal den aus. Da oben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Alles klar. Such weiter. Alles klar. Wenn du das sagst. Alles klar. Die kommen da rauf. Okay, ich muss ihn verstecken. Den recken. Wieso steht er auf, wenn er jemanden ablegt? Oh, ah! Scheiße. Wusste ich, dass der da raufkommt. Wo steht er jetzt? Kommst du? Ja, der geht wieder. Nein, jetzt kommt der auch noch. Jetzt kommen sie alle. Auf einmal. Alles okay. Schau. Hast du nie gesehen? Er meldet sich nicht. Nein, der liegt da. Ich sehe ihn nicht. Versuche ihn zu finden. Der liegt da. Dem tut nichts mehr weh. Jetzt kommen sie alle da rauf. Schaut er das... Was? Halla, Halla? Ja, Halla, Halla. Ja, wer suchet, der findet. Was heißt das? Oh, nein. No, das war gemein. Was, Granate? Das ist in die Hose gegangen. Oh, Gott. Du Depp. Au, sagt er. Er kriegt den Kopfschuss und sagt au. Na, das war blöd. Inwiefern? Soll ich mir in die Hosen machen? Da war ich Besuch. Von wo? Darf ich das auch erfahren? Zehn verbleibende Gegner. Und wie viele Wellen muss ich... Ja, alles durchsuchen. Wie viele Wellen muss ich überstehen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, Mann. Schnell. Ich habe nicht aufgepasst. Schnell. Oh, da ist er. Nein, nein. Wieso? Ich bin in Deckung. Du hast mir nicht aufgefallen. Ich bin in Deckung. Ich mache mal den da. Das geht nämlich schneller. Da fallen sie gleich um. Brauche ich keinen Kopfschuss. Rede mit mir. Ich rede. Was willst du hören? Was soll ich singen, oder was? Hallo? Kommst du? Wo sind die anderen? Was ist los? Antworte mir! Bin ich blöd und antworte dir? Du bist der Feind. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich glaube, die haben sich verschanzt und kommen freiwillig nicht mehr raus. So schaut es nämlich aus. Das heißt, wenn der Feind nicht zum Sam kommt, kommt er Sam zum Feind. Verstanden? Jetzt kommen sie alle da. Okay. Das ist eigentlich nicht schwer. Wenn man ein wenig aufpasst. Da stapeln sich schon die Leichen. Schau. Ziel kann ich auch markieren. Aber ich glaube, ich habe keine. Auf Perfektionist kann ich ihn nicht ausschalten. Nur so, bleib ruhig. Mit der Automatik, meine ich. Oh. Na klar kommt er jetzt da. Das ist hirnrissig. Ups. Schau. Der vertragt viele Kopfschüsse. Heute schon getanzt? Au. Er ist mir in den Rücken gefallen. Oh, schau. Nee, das war ein Taser. Ich wurde getastet. Hallo gibt es nicht. Sam ist tot. Sorry. Probieren wir gleich nochmal. Das war aber lustig. Welle 2 ist das. Die Dauer Welle 2. Okay. Es speichert sozusagen nach jeder Welle. Das ist gut. Ich glaube, ich warte hier mal. Ich weiß doch nicht, wo ich bin. Und sie wissen immer magischerweise, wo ich bin. Und ich kriege auch auf Perfektionist keinen Nachschub. Das ist eine Todesfalle hier. Fürchtig. Den könnte ich natürlich so erledigen. Mache ich aber nicht. So, die sehen sich, glaube ich, nicht. Ja, die sehen den von hier nicht. Ich werde ihn darüber legen. Dass ich ihn nicht sofort finden. Oder? Ich glaube, die sind da oben. Ach, nee, nicht darauf. Oh Gott. Nein, nicht den. Das ist ja doof. Kommen die jetzt da oben? Frage ich mich. Was ist denn da überhaupt? Interessant. Okay, das geht, das hängt alles zusammen. Verstehe. Aha, es zahlt sich also schon aus, die Körper zu verstecken. Es zahlt sich aus. Aber schwierig, der hängt da oben. Schau, den kann ich nicht mehr nehmen. Den habe ich da raufgeschmissen. Oh, scheiße. Die kommen jetzt nicht mehr freiwillig da rein. Komisch. Aha, jetzt kommen sie wieder. Glaube ich. Oder? Ich werde den mal abfangen. Wenn möglich. Wo sind die anderen? Nicht hier. Das ist gut. Der ist ganz für sich alleine. Das heißt ja, wir könnten... die Raid wieder. Kommt der da? Ja, das ist gut. Komm her. Jawohl. Und wir gehen inzwischen wieder hier zurück. Aha, da ist auch einer. Er ist da langgekommen. Schlechte Deckung, ha? Noch fünf. Ich lasse mal zu mir kommen. Oder? Das war knapp. Ich habe noch genügend Munition für die Hölle, aber für die nächste nicht mehr. Ich höre sie. So, jetzt kommen sie alle. Ich höre sie. Oder? Ich höre irgendwas. Da ist einer. Da ist einer. Na, einer ist keiner. Ich kann um die Ecke schauen. Auch ohne so nahe. Schau mal. Hier ist das Vögelchen. Ich glaube, ich habe da drüben jemanden gehört. Genau. Komm her. Obwohl, jetzt schauen die auch. Alles klar. Nein! Fuck. Sie haben mich. Die sind jetzt alle da lang darüber gestürmt. Wie die Wahnsinnigen. Ich habe sie umgegangen. Ja, mit einem Sonar und der Anzeige der Feinde auf meinem Radar. Wäre es leicht. Sehr leicht. Aber so ist es schwer. Sag ich nur. Hier ist gar nichts. Doch, hier ist was. Du ärgst dich. Ist da? Da war was. Noch einer? Wir haben mich da gesehen jetzt. Mit keinem Blödsinn. Wo ist der? Es sind zwei. Es sind nur mehr zwei. Aber ich höre Stimmen von da drüben. Es können nicht nur zwei sein. Es klang so, als käme die Stimme von da. Ich gehe auf Nummer sicher. Der Trick wirkt immer. Und so kann ich eine Kugel sparen. Oder eine Ladung. Wo ist der? Welle zwei. Habe ich mir gedacht. Wo kommt die dritte Welle her? Es kommt gleich Besuch. Wo kommen sie raus? Aus der Oststraße. Aha. Aus der Oststraße. Von Westen kommt gar keiner oder was? Fünfzehn Gegner. Bist du gelähmt. Fünfzehn Gegner. Und wo ist dieses Datenpaket? Da drüben. Das hätte ich mir schon lange holen können. Aha. Das kriege ich nur, wenn ich brav war und alle erledigt habe wahrscheinlich. Meine Vermutung. Was sind denn die? Sind das fünfzehn Gegner auf einmal? Kann ich mir nicht vorstellen. Dass es fünfzehn auf einmal sind. Oh, jetzt gibt es Hunde auch noch. Sind schon ganz außer Sicht, die Hunde. Ist schwer verletzt, aber er atmet. Ja, so kann man es auch machen, aber... Das geht nicht lange gut. Wir wissen das. Da es keinen Nachschub gibt, dann Munition auf Perfektionist. Mehr Hunde. Oh, fuck. Siehst du da drüben was? Ich sehe gar nichts. Bändes Hohn. Hm? Oh! Hört er den an? Habe mich gar nicht gesehen. Komm her. Okay. Das waren zwei. Aber schon langsam geht mir die Munition aus. Dann, dass sie mich nicht in den Rücken fallen. Hier ist eine gute Stelle. Hier hat man beide Winkel im Auge, sozusagen. Der Hund kommt von da. Er hat mich schon erschnüffelt. Ah, nicht alle auf einmal, bitte. Komm. Ich muss ihn zuerledigen. Ist sich nicht anders ausgegangen. Der Hund zählt zumindest als Gegner. Das ist gut. Das hilft. Jetzt sind sie wieder gegangen, oder was? Noch ein Hund. Mann. Wie viele Hunde. Ein ganzer Zwinger. Das war vermutlich nichts. Weiter suchen. Ein ganzer Zwinger. Da drüben. Los. Oh, sie nehmen mich in die Zange. Das war keine gute Idee. Schau dir das an. Sure. An allen Seiten kommen sie. Ich bin hier gefangen. Wo ist denn das her? Wieso habe ich hier als roten Punkt auf der Karte? Die anderen nicht. Was heißt das? Habe ich nur die Hunde auf der Karte? Scheiße. Scheiße. Das ist Kugelsicherheit Glas, oder was? Oh, zu dritt. Okay. Zu viert, zu fünft. Na gut. Ich glaube, ich lasse es gut sein. Ich will euch das nicht antun. Das sind zu viele Wellen auf einmal. Wir sehen uns dann bei einer regulären Mission. Bis dann. Tschüss. Dies. Tschüss. Tschüss. Alles. Vielen Dank.